Also sollen wir ja wirklich noch nicht hin. Dammt. Sind die Gegner jetzt eigentlich weg? Nein, natürlich nicht. Jetzt darf man die ganzen Gegner nochmal besiegen. Down. Oh mein Gott. Es ist spannend. Wo guckt ihr überhaupt hin? Egal. Guck mal. Ich sehe den Gegner nicht. Ah, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Kaum mehr wenig. Zack, ist es wieder korrigiert. Weil mich das Spiel einfach trollen will. Ganz viel Zeug erhalten. Schon wieder ein Tonic. Oh, ups. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was wir erhalten haben. Aber wahrscheinlich irgendwie die Siegespose von ihm ist einfach so genial. Achso, wir können den Gegner auch noch ausrechnen. Sehr gut. Nochmal ihr. Wow. Wow. So, jetzt gucken wir mal. ZYKLON. Also, das kommt jetzt auch noch drauf an, wo die Gegner stehen, oder was? Oh, wow. Oh, wow. Da sind sie down. Oh, yeah. Oh, was kann Tonic? Warte mal. Menü, 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 Menü. Objekte. Ups. Objekte Tonic. Gibt 50 LP. Dann kann man die wohl hier gut fahren. Okay. Raus hier. Wir sollen also wieder zum Fest. Denn das ist nicht locker. Dudum. Oh Gott, war der schlecht. Gott, war der scheiße. Naja, egal. Ihr haltet es ja mit mir aus. Sonst würdet ihr meinen Letztrinnen nicht. Mein Gott. Habt ihr es dann langsam mal da oben, oder was? Nee. Was muss ich stuhren? Bei dem habe ich auch schon versucht zu gewinnen. Hat auch nicht geklappt. Da oben ist der Weird Dance of Weirdness. Oder so. Hallo. Ich rede jetzt nicht mehr mit deinem Letztrinnen. Ja, das würde ich auch nicht tun. Oder so. Ö, Katze. Wo ist sie hin? Ey. Ey, ey, ey. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ach, egal. Moment. Moment, ich weiß, wo sie hin ist. Nyauu. 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 So. Nee, doch noch nicht. Dann müssen wir jetzt wohl offensichtlich doch die Katze suchen. Sehr gut. Katze. Ich glaube, dass war sein Mittagessen. Oh no, no. Ich bin offensichtlich ein Vielfreis. Ich will nur halt hier halt. Äh, wer bist du denn? Hallo. Hä? Nya. Randomness. Ein singender kämpfender Karaoke-Roboter namens Gato! Die Hell! Zum Glück sind wir jetzt schon Level 2! Das heißt, er hat uns nichts entgegenzusetzen! Äh, was tut er? Jetzt haben wir eben... Aurora-Birbel gibt einige LP zurück... ZYKLON! Achso, wir haben gewonnen! YAY! Und wir halten! Ja, ich werde das jetzt nicht roboterartig vorsingen! Nee, 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 nee! Aber ich möchte umgucken, was es da gibt! Nix! Er schüttelt einfach nur den Kampf und denkt, ne, ja, will ich nicht rein! Okay! Öh, was war denn? Juhu! So, jetzt haben wir... Warum schüttelst du ständig den Kopf? Jetzt geh doch mal weiter! Und da ist schon wieder die Katze! Und da ist sie wieder weg! Was soll das? Ich muss hier wohl noch irgendwo auf der Map rumgucken! Ich verstehe es nicht! Es ist äh, Solid Katze! So kann ich da wieder weg! So kann ich da wieder weg! Lalalala! Thumsit! Warum geht... Ich brauche einfach nur vor eine Wand zu lenken! Und schon schüttelt er den Kopf so... Nee, da will ich nicht gegen rennen! Nö! So, ist die Katze jetzt resettet oder guckt ihr hier irgendwo rum? Kortzi! 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 Ey, Kortzi! Nee! Sag mal, was hier Opa sagt! Steilrenner wird schaffen! Ey, ich möchte auf Steilrenner! Hallo Katze! Ey! Ey! Folgt ihr uns jetzt? Ne! Ach, das ist so gar nicht! Wunderbar! Es gibt sehr viele Katzen in ihnen drauf! Na, natürlich! Kann man eigentlich irgendwas mit der Glocke machen? Nö! Was hat der noch mal zu sagen? Achso, das war der Wucher-Typ! Was? Ich hasse fest! Kennst du schon den neuesten Klatsch? Äh! Dann Aua! Okay! Nein, nein! Ja! Oh! Unter uns gesagt! Der König ist... Was? Ist in Sorge über seinen Wildfang von Tochter! Ich würde ja gerne mal wissen, wie wild sie wirklich ist! Pädophiler Dreckstag! Egal! Also, jetzt gucken wir noch mal, ob die Katze da oben ist! Ich fühle dich ja fast drauf! Also, das erste Mal ist sie hier! Ganz offensichtlich! Und dann rauscht sie! Ja, ich weiß, du willst nicht in alte Männer reinrennen! Aber das ist doch jetzt kein Grund! Und dann ist sie hier irgendwo! Und was ist das da überhaupt? Gar nichts! Sehr gut! Wo ist die scheiß Katze? Die ist nach unten hier unten abgehauen und ist von da nicht mehr zu finden! Vor allem, weil... Sie müsste doch auffallen! Ich meine, sie ist gelb! Eine gelbe Katze! Weil sie es überhaupt eine ist! Sie vermisst sie immer noch! Also scheint sie hier nicht zu ihr gerannt zu sein! Also ist sie nicht hier! Also ist sie woanders! Aber wenn ich woanders hingehe, dann rennt sie wieder da hin! Mann! Diese Gottverdammte Logik! Ich versuche jetzt einfach... Om nom 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 nom! Natürlich! Da 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 da! Lass mich durch, alter Mann! Da 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 da! Ich weiß nicht mehr wohin! Lalalalala! Ihr seid immer noch am aufbauen! Wie lange soll das eigentlich noch dauern? Du 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 voll spannend! Ja, das wissen wir auch schon! Ich laber jetzt einfach mit dem PC an der hier rumgurken! Ja, willkommen! 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 Ja! Achso! Jetzt! Achso! Ich musste einfach nur... Was? Nein! Ja, super! Das Gerät ist fertig! Du findest die im Norden! Okay! Äh! Ja, toll! Tolle Beschreibung! Hier jetzt im Norden oder hier jetzt im Norden? Ich denke mal da oben wo sie noch am aufbauen waren! Für die ersten drei Minuten jetzt erstmal 30 Minuten verschwendet! Juhu! Damit wird das Let's Play 1000 Parts dauern! Geil! Warte mal kurz! Ich brauche jetzt das... Ernsthaft! So was das? Es dauert nur eine Sekunde! Dann mach! Kriegungslosigkeit! Ich geh weg! Ich droht nur! Ja komm! Bla! Bla! Aha! Du bestehst also erstmal ne halbe Stunde da! Bis du mal die Verkäuferin ansprichst oder was? Ja, komm! So! So! Offensichtlich kein Teleporter! Ja! Teleportiert! Mann! So! Ich soll's mal ausprobieren! Okay! Ich stell mich also hier hin! Ah! Ne! Ich sollte mit ihr sprechen! Mink! Wo machst du denn? Niemand will diese Schlüssel testen! Äh! Schlüssel! Schlüssel! Ja toll! Sie will sehen, wie ich mich auflöse! Schönen Dank! So rein hier! Teleportiert! Ja! Warum haust du mit nem Schraubschlüssel da drauf? Dann werde sie wegholfen! Scheiß! Ja, ich habe ambassadors! Mann! Woll! Wie?